Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Offroad Simulation SnowRunner. Auch heute wartet wieder mal ein spektakulärer Auftrag auf uns, denn man sieht es da hinten schon, ein Auflieger muss transportiert werden und der scheint nicht nur ziemlich groß zu sein, sondern dürfte auch ziemlich schwer sein. Worum es genau geht, sehen wir hier in der Kartenansicht. Blackbird braucht unsere Hilfe, heißt es hier. Wir entfernen den alten schwimmenden Bordturm und du musst den Bergungslager zum Hafen bringen. Und genau das werden wir jetzt tun. Ich habe seit der letzten Folge nicht viel gemacht, habe im Prinzip nur die Stracke hier zurückgelegt und ich habe diesem Truck hier noch neue Reifen gegönnt, denn das wird wichtig sein, glaube ich. Ansonsten sind wir nach wie vor in Alaska unterwegs und wie der Plan aussieht, was man noch so alles machen kann und was ich so entdeckt habe und welche Reifen hier drauf sind, das würde ich sagen, erzähle ich euch nachher. Jetzt kämpfen wir uns erstmal vor bis zu dieser Fabrik da hinten und ich glaube, hier kommen wir noch ganz gut durch. Hier wird schon wieder fleißig gedreht, aber ich glaube, das sollte noch funktionieren. Oder sollen wir uns ziehen lassen? Na, überwinden wir den Schnee? Ja, das klappt. Dachte ich doch. Alles andere hätte mich auch sehr enttäuscht. Ähm, vielleicht kann ich das Geheimnis um die Reifen schon mal lüften. Da habe ich, bin ich eurem Rat nämlich gefolgt. Ähm, ich wollte erst nicht so viel in Reifen investieren, aber ich glaube, es war ganz sinnvoll, jetzt Reifen fürs Gelände drauf zu ziehen, denn schon auf der Strecke von der Werkstatt zu dieser Firma hier. Ach du liebe Zeit. Das sollen wir hier durch den Schlamm ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Achsen hat das Teil. Ah ja, das ist ein guter Plan. Bin ich sehr gespannt, ob das klappen soll, äh, beziehungsweise wie das klappen soll. Aber jetzt fangen wir erst mal ran. Ein bisschen gerader vielleicht noch. Und, äh, nehmen das Teil mit. So. Ah, ein bisschen näher müssen wir, glaube ich, noch dran. Die Sattelkupplung, äh, da wird die hohe erfordert. So. Zack. Und das scheint auch zu klappen. Und dann haben wir schon am Haken. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das, äh, wie sich das so fährt. Also ich denke, wir werden nicht in die Pölle kommen. Na doch, es geht. Also hier auf der Straße. Haha. Also ich bin mir sicher, dass wir damit eklatant feststecken bleiben. Ähm, ich kann euch die Route mal kurz, oder wir können uns die Route mal kurz anschauen. Habe ich mir im Vorfeld schon mal angeschaut, ähm, wie man hier grundsätzlich fahren könnte. Hergekommen bin ich von der Werkstatt über diese Route hier. Also, äh, bin ich hier lang gefahren. Und, ähm, das ist so ein, so ein Bergweg. Den könnte man vielleicht auch schaffen. Ist aber sehr, sehr, sehr kompliziert. Also mit dem Truck selbst war das kein Problem. Aber die Kurven sind hier teilweise so eng. Da habe ich Zweifel dran. Deswegen habe ich diesen Plan schon mal verworfen. Und werde jetzt das Risiko einfach mal eingehen. Ich kenne die Strecke selbst nicht. Aber ich denke, hier, das wird schon noch irgendwie möglich sein. Vielleicht müssen wir hier umfahren. Müssen wir mal schauen. Und, was aber dann auf keinen Fall möglich sein wird, ist, hier einfach weiterzufahren. Denn, das sieht zwar aus wie eine Straße und wie eine freie Fläche. Aber es ist ein riesiges Sumpfgebiet. Und damit kommt man selbst ohne Ladung nicht durch. Also jedenfalls habe ich das nicht geschafft mit meinen Maschinen. Vielleicht gibt es da Mittel. Deswegen werden wir uns hier durch diese engen Kurven hier, ähm, plagen. Hier lang fahren. Und hier raus. Und dann fahren wir hier lang zum Hafen. So ist der Plan. Die Brücke ist gebaut. Das dürfte kein Problem sein. Der Abladepunkt ist auch, ne. Das ist auch alles kein Problem. Und, ich habe den Caterpillar hier schon hingestellt. Den wir in der letzten Folge freigeschaltet haben. Ähm, vielleicht müssen wir mit dem das Ganze nochmal rausziehen. Den Karren aus dem Dreck ziehen, sozusagen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie weit wir kommen. Also, das ist mein Plan. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Gedanken gemacht. Und, wenn man die Map ein paar Stunden gespielt hat, dann kennt man ja auch schon so ein paar tricky Geschichten. Und daher wusste ich das auch mit dem Sumpf. Ja, wir schauen mal, wie das so funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Uiuiui. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass wir also ganz, ganz schlimm stecken bleiben. Vor allen Dingen, das kann man auch nicht, wie so ein Anhänger, dann noch mit der Seilwinde irgendwie ziehen, so ein Teil. Sondern, wenn man damit einmal steht, dann steht man. Oh ja, und hier geht es schon los. Ich höre sie schon läuten. Aber im Moment schauen wir ja noch, voranzukommen. So. Genau, aber jetzt sehen wir auch den Vorteil der Reifen. Ich habe es eben gar nicht mehr zu Ende ausgeführt. Ihr habt mir nämlich den Tipp gegeben, nimm doch mal andere Reifen, investier da ruhig. Das lohnt sich schon. Und ich habe es dann mal angeschaut und gesehen, dass diese Reifen jetzt 3500 Euro oder Dollar gekostet haben. Also, das erste Mal wird es fällig. Ich glaube, der Baum wird einknicken. Yo. Das war klar. Haben wir noch irgendwas anderes hier? Oder können wir uns vielleicht... Oh, 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 oh. Wir haben auch bei dem Trailer, haben wir auch keine mittleren Punkte. Kommen wir dann noch irgendwie raus? Also, wenn wir uns ein paar Meter fortbewegen könnten, dann wäre schon viel gewonnen. Aber ich glaube, so wird das nichts. Und zurück geht es auch nicht. Ja, dann war das ein kurzes Vergnügen hier unter Umständen. Äh, ich schaue mal noch schnell, ob hier noch irgendwas geht, dass man sich sozusagen... Ja. Da scheint er irgendwo festgeankert zu sein. Ja, 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 ja. Ja, wir rollen wieder. Wir fahren weiter. Reise geht weiter. Oh je. Wenn das hier schon so... Das ist jetzt hier noch alles unspektakulär, die Strecke. Wenn das hier schon solche Probleme gibt, dann... Aber es ist mein bester Truck. Jetzt habe ich aus Versehen den Motor ausgemacht. Ich glaube, ich muss mich weiterziehen lassen. Wobei man natürlich sagen muss, dass später die Bäume in dem Wald auf dieser komplizierten Strecke etwas besser stehen. Ich glaube... Oh je. Aber wir kommen immer noch ein bisschen weiter. Das ist natürlich auch eine Idee, so ein Ding hier durch den Schlamm zu ziehen. Jenseits von Gut und Böse, ne? Ah, so. Das waren die paar Meter, die ich brauchte. Um mich hier dran festzumachen. Dann geht's weiter. So. Ich wurde auch oft von euch gefragt. Ansgar, kannst du dieses Spiel empfehlen? Ja, definitiv. Es ist eine der besten Simulationen. Das steht außer Frage. Vielleicht sogar die beste Simulationen 2020. Dann natürlich zusammen mit diesem Microsoft Flight Simulator. Ähm. Gut. Aber erstmal fahren wir wieder. Also, die Reifen machen auf jeden Fall einen Unterschied. Und, ähm. Wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt. Und dieses Upgrade dann schon freigeschaltet habt. Für die Reifen. Also, ich weiß nicht, ob man das freischalten muss oder nicht. Aber hier ging's halt jetzt schon. Ähm. Macht das auf jeden Fall. Es wird euch die Fahrt vereinfachen oder erst ermöglichen. Jetzt stehen wir schon wieder. Oh, ne. Wieder mal. Also, ich mach das gerne so. Da hat jeder ja so seine eigene Strategie. Dass ich mich nicht von vorne ziehen lasse, sondern von hinten sozusagen ein bisschen schiebe. Weil vorne oft, ähm, die Punkte auch einfach fehlen. Also, die, die, äh, Windenpunkte. Ja. Das ist hier jetzt auch wieder mal der Fall. Geht hier noch irgendwas? Mist, Mist, Mist. Das darf nicht wahr sein. Damit fällen wir nur. Vielleicht so? Ja, 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 ja. Vielleicht sind das die entscheidenden Meter. Die dadurch zurückgelegt werden können. Ah, ne. Ja? Ah! Wir fahren wieder. Ho, ho, ho. Okay. Jetzt geht's sogar ein bisschen abwärts. So, jetzt ist die Frage. Links oder rechts? Ich neige ja dazu, rechts zu fahren. Aber ich glaub, ich fahr mal links. Aber das ist, oh, das ist so schief da. Boah, das ist eine der spannendsten Missionen, die ich bislang gemacht habe. Bei vielen war dann irgendwie so nach ein paar Minuten klar, das funktioniert einfach nicht. Bei der hab ich aktuell nicht das Gefühl. Aber ich hab ein bisschen Angst, dass sich das ganze Ding hier auf die Seite legt. Hier macht man Dinge, die man in der Realität nie machen würde. Straße schieben, ah, fahren wir lang. Ich mein, es ist auch gar keine Straße hier. Und wieder stehen wir. Oder? Also ich glaube, hier gilt auch keine Schwäche zeigen. Das Gaspedal ist mein bester Freund. Weil wenn wir hier stehen bleiben, wenn ich jetzt runtergehe, dann haben wir's. Oh, 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 oh. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall den Masten hier als Ankerpunkt. Boah, Gott sei Dank bin ich links gefahren und nicht den Umweg. Bislang war es eine gute Entscheidung. So, und wieder Kurs auf den Mast nehmen hier. Und ich fahr hier von Mast zu Mast, um mich im Falle des Falls festmachen zu können. Das letzte Stück ist das Dankbarste, aber der Weg bis dahin ist die Hölle. Oh, yeah. Also ich weiß nicht, ob das so beim Zuschauen rumkommt, aber es ist wirklich, also dieses Spiel hat extrem, also ruft Emotionen hervor, die man vielleicht bei dem Spielen oder bei dem Anschauen, bei dem Zuschauen nicht unbedingt vermutet hätte. Ich wollte das Ding schon deinstallieren. Es gab wirklich Situationen, wo ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Jetzt hast du hier die ganze Zeit versucht, diesen Auftrag zu machen und dann bleibst du einfach kurz vorm Ziel im Schlamm stecken oder fällst um oder so. Willst du einfach nur noch ausmachen. So, und auch gerade habe ich wieder das Gefühl, dass das nicht so recht was gibt. Also wir fahren jetzt hier noch diese Runde hier und dann werden wir vermutlich am Horizont schon dieses Schlamm Eldorado entdecken. Aber ich meine, wir haben jetzt auch schon ein gutes Stück geschafft, ne? Also der Auftrag geht ja nur bis zum Hafen. Und wenn wir einmal die Straße erreicht haben, dann ist das Paradies sozusagen auch gleichzeitig erreicht. So, können wir uns da vorne festmachen? Das Problem ist, ich habe auch noch keine, keine Möglichkeit, ähm... Oh, oh. Wir hängen da auch so ein bisschen an den Felsen. Ich habe noch keine Möglichkeit, hier so eine längere Seilwinde anzubringen. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ne, also wir müssen erstmal den hier ein bisschen wegziehen. Können wir das irgendwie, kriegen wir das irgendwie hin, dass der so ein bisschen... Boah, das ist Taktik hier. Ja, das... Aber jetzt muss man nur gucken, dass es nicht kippt. Ja, 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 ja. Noch ein bisschen. Und dann müssen wir das Teil jetzt hier noch ein bisschen rumziehen. Ach, ho, ho, ho. Boah. Kriegen wir es noch hin oder kriegen wir es nicht mehr hin? Ich glaube, bei manchen Manövern fragt man sich auch, was macht der da? Kann ich einfach fahren? Aber das Problem ist, dass unser Trailer, dass ich ein bisschen unbedacht, äh, gefahren bin. Und jetzt haben wir nämlich den Salat. Dass der hier an dem Felsen festhängt. Wenn ich mich jetzt hier, nämlich, ziehen lasse. Dann gibt das vermutlich nichts. Wir werden nur von der Straße abgebracht. Und das ist das Problem. Wie kann man diese Situation jetzt lösen? Oh, 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 oh. Ähm, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, sich hier festzumachen? Vielleicht nochmal rückwärts fahren? Oder ist es jetzt schon passiert hier? Es wird schon wieder geflügt. Wie kriegen wir den so gezogen, wie wir das brauchen? Vielleicht so. Ja, das, das scheint ein guter Plan zu sein. Das, was jetzt hier gerade passiert. Ja, hä, hä, hä. Jetzt nochmal hier schön rum, genau. Und noch ein bisschen ziehen. Ja, so, so. So. Boah, ich hatte gerade schon mit dem Auftrag hier abgeschlossen. Boah, der ist einfach, der ist auch kein, der macht man auch keinen Joke mehr in der Situation, wenn man merkt, ist vorbei. It's over. Jetzt steht er zwar immer noch schief und ist vermutlich hier so zur Hälfte im Schlamm drin, aber wir haben jetzt nicht mehr das Problem mit dem Felsen. Ähm, jetzt ziehen wir uns mal an dem Baum lang. Und dann fahren wir erstmal ein bisschen geradeaus. So lange das, so weit das geht hier. Hängt der jetzt wieder hier irgendwo fest? Nö. Einfach nur im Schlamm, okay. Dann brauchen wir, glaube ich, einen anderen Windenankerpunkt. Vielleicht können wir das hier so dran machen. Geht denn da gar nichts? Na, hör mal, das kann nicht sein. Ja, komm, noch ein bisschen. Dass dieses Ding hier... Mist. So, damit ist die erste Hilfe sozusagen da. Ja, ich glaube allerdings, wir werden später noch große Probleme bekommen, denn ich habe für den Cat hier aktuell noch keinen Tankaufsatz. Ich habe dafür noch nicht das Upgrade freigeschaltet. Und das heißt, ich muss jetzt hier aus dem normalen Tank abzapfen. Damit wird der also jetzt gleich relativ, äh, ja, klein sein. Machen wir noch, ja, 120 Liter haben wir jetzt noch. Und wir schauen mal, was jetzt passiert. Also ich werde jetzt einmal schnell da vorne wenden. Und dann versuche ich mit dem Cat, ich denke, das wird auch funktionieren, den Truck hinten mit dem Auflieger da mal aus der Misere zu ziehen. Dann wird, werde ich das hier so ein paar Meter weiter machen können. Also die Straße hier vielleicht noch entlang. Und dann war es das aber auch schon wieder. Denn ich habe gerade festgestellt, dass es absolut unmöglich ist, mit dem Cat und einem Truck hinten dran, die kurvige Strecke zu absolvieren, die ich da vorhabe oder die ich da geplant habe. Wie das funktioniert, habe ich aktuell keine Ahnung. Also das ist genau mal so eine Folge, wo es mir immer vorgraut. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen und werden das schon irgendwie durchkommen. Wichtig ist halt jetzt, dass ich nicht zu viel vertrödel an Sprit beim Wendemanöver. Aber der Wendekreis ist halt auch wirklich extrem, ne? Also man sieht dieser Knicklenker hier, der fährt oder steuert und lenkt sich ganz anders, als man das vielleicht von anderen Trucks kennt. Deswegen mache ich jetzt einfach den hier. Und lasse mich hier schnell so ziehen, weil sonst wird das, glaube ich, nichts mehr. So, einmal nach vorne. Und nur für dieses Lenkmanöver habe ich jetzt schon wieder 10 Liter. 10 Liter! Damit kommt man mit einem Auto, was einigermaßen vernünftig verbraucht, mehr als 100 Kilometer weit. Der hat es einfach 20 Meter geschafft. Auch eine Leistung. Ja, und dann müssen wir nachher vermutlich nochmal hier Sprit vorbeibringen. Ich hoffe, dass wir es ein paar Meter schaffen, sodass es nicht direkt ist. Aber, ah, wir werden es sehen. So, Motor startet. Das ist schon mal gut. Und dann gucken wir mal, ob wir den da rausziehen können. Ja, sieht gut aus. Da bewegt sich was. Okay, wir machen hier auch... Achso, Licht war schon an. Es ist einfach extrem dunkel. Und, passt das oder passt es nicht? Kriegen wir den da rübergehoben? Ich glaube, aktuell... Ich glaube, man sieht das von hier nicht so. Ich glaube, aktuell stehen die hinteren Räder in der Luft. Ja, immer ein gutes Zeichen. So, aber wir kriegen den da raus. Jetzt kämpft selbst der Cat hier, aber man merkt, der Cat ist... Caterpillar hier ist eine echte Power-Maschine. Und... Die zieht und zieht und zieht und zieht und zieht. Oh, 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 oh. Das kippt gefährlich da hinten. Mir ist auch nicht mehr zum Spaßen zumute hier. Ist einfach nur noch die Angst. Vor allen Dingen, weil dieses Ziehen auch immer so eine Unkontrollierbarkeit hat. Man weiß nicht, wie sich der Auflieger jetzt da verhält. Wenn der all das macht, was ich will, alles super. Aber wenn der sich zu stark neigt, wie jetzt gerade zum Beispiel wieder... Dann habe ich doch etwas Sorge. Ich ziehe mal weiter. Oh, oh, das neigt sich immer mehr. Ne, ich muss... Das ist mir zu riskant. Wir lösen die Winde. Ich fahre ein paar Meter vor. 87 Liter sind noch. Aber ich glaube, wir kommen auf jeden Fall noch bis zum Eingang. Und dann wechseln wir den Truck. Boah. So. Jetzt ist die Frage, gibt es da irgendwas? Ah ja, hier. Also man sieht, mit diesem Offroad-Truck hier ist absolut nichts möglich. Wir fahren ein paar Meter zurück. Und ich hole ein bisschen weiter aus. Scheiße, da steht auch wieder alles in der Luft. So, so, so. Das ist gut. Das ist gut. So, Winde einmal lösen. Und dann etwas weiter hier hinfahren. Und so, dass wir da um diese Kurve kommen. Weil der wäre gekippt. Und dann hätten wir den ganzen Kram hier liegen. Wie erklärt man das dem Auftraggeber? Tank alle kann man noch erklären. Schäden am Motor oder sowas kann man auch noch erklären. Aber komplette Ladung umgefallen. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, sehr schön. Ich meine, hier haben wir jetzt auch nur 125 Liter. Also weit kommen wir damit nicht. Wir müssen auf jeden Fall später nochmal nachtanken. Leider kann man an den Cat auch keinen Anhänger dran machen. Also, der hat keine Kupplung dafür. So, zurück in den Cat. Das sind so Details übrigens, die finde ich auch so ein bisschen belastend, da das Richtige zu finden. Die richtige Option, das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber, wir fahren weiter. Ich glaube, das ist bislang die krasseste Folge, die ich hier in SnowRunner gemacht habe. So. Und immer schwingt die Angst mit, alles könnte umsonst sein. Alles für die Katz. Wir werden übrigens in der nächsten Folge neue Fahrzeuge kaufen erstmals. Und ich werde fast mein komplettes Inventar, also fast alle Trucks, verkaufen. Warum, erkläre ich euch dann noch. Aber das schon mal als kleine Preview. Dann werden wir uns auch mal intensiv mit der Werkstatt beschäftigen. Und mit den Optionen, wie das da so alles funktioniert mit dem Fahrzeugkauf. 70 Liter sind noch. Also, wir schaffen es auf jeden Fall noch bis zum Eingang dieses Weges hier. Geradeaus würde man jetzt zu diesem Schlamm-Ding kommen. Vielleicht schafft man es mit dem Cat. Kann sein. Ich glaube aber, dass man es nicht schafft. Komm, noch ein bisschen. Katerpillar enttäuscht mich nicht hier. So. Und hier geht es dann ziemlich eng bergauf und bergab. Und wenn diese Etappe geschafft ist, dann mache ich drei Kreuze. Aber das muss halt erstmal passieren. Boah, wie lang dieser Anhänger ist. Da soll ich doch durch den Schlamm fahren. Nee. Nee, ist mir zu riskant. Ich löse die Winde. Lasse den Caterpillar jetzt hier stehen. Der bringt uns auf dem nächsten Stück nicht mehr viel. Das ist zu eng. Und versuche mich jetzt hier von Baum zu Baum zu hangeln. Handbremse lösen. Und ab die Post. Oh ja. Jede Kurve. Jede Kurve wird das gleiche Spielchen sein hier. Genau nämlich das, was wir jetzt hier auch wieder sehen. Probieren wir es mal so. Okay, wir müssen den noch ein bisschen anders ziehen. Okay, das war ein kurzes Vergnügen. Warte, ich fahre nochmal kurz zurück. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Ah. Also Leute, Planänderung. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Man kommt durch den Schlamm. Allerdings auch wirklich nur mit diesem Caterpillar. Also mit dem Truck habe ich es extra vorher noch ausprobiert. Da hatte ich zumindest keine Chance. Jetzt probieren wir es mal, den ganzen Kolossi wieder rauszuziehen aus dieser Misere. Und dann könnte es unter Umständen klappen. Das weiß ich aber aktuell noch nicht. Dass wir den einfach vorne durch den Schlamm ziehen. Weil hier, also durch diese engen Straßen keine Chance. Ich glaube, der Gedanke war nicht schlecht. Und ich fühlte mich ja auch gut vorbereitet. Ihr habt es am Anfang gemerkt. Aber das Spiel macht einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Die Pläne funktionieren nicht. So. Ja, 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 ja. So. Okay. Jetzt ziehen wir es noch ein bisschen gerade. Aber ich glaube, so reicht es schon. Ah, stopp, stopp, stopp. So. Nicht, dass es uns wieder umkippt. Und dann überhole ich das Gespann. Und dann geht es jetzt runter zur Straße. Mit etwas Glück reicht sogar mein Tankinhalt hier noch. Von dem Caterpillar. Zumindest, um zur Straße zu kommen. Alles, was danach ist, der Straße, die Straße ist der entscheidende Knackpunkt. Alles, was nach der Straße ist, ist machbar. Wir müssen den jetzt tatsächlich da durchziehen. Es sind nur noch 100 Meter. 200 Meter. Aber die haben es in sich. Also dieser Caterpillar hier hat es auch nur im Lastenmodus und mit Differenzialsperre geschafft. Gut, das Schild musst du jetzt mal dran glauben. Aber er hat es geschafft. Das ist ja die Hauptsache. Ähm. Jetzt schauen wir mal. Ich meine, das sind natürlich jetzt... Also dieser Umweg hier, den ich jetzt gemacht habe, das hätte man sich natürlich gut sparen können. Und viele werden vermutlich auch in die Kommentare schreiben, Ansgar, das war absoluter Mist, den du da gemacht hast. Aber, als ich den Schlamm ausprobiert habe, hatte ich noch nicht den Caterpillar. Und ich weiß nicht, wie man diesen Auftrag absolvieren soll, ohne einen Truck im Format des Caterpillars hier. Ich weiß es einfach nicht. Weil, also durch den Wald da, das kann man vergessen. Aber das war mir vorher auch nicht klar. Naja. Genau die Action. Die man sich erhofft hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Auftrag gelöst habt, wenn ihr das Spiel selbst spielt. Äh, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht habt ihr auch... Also ich bin mir sicher, jeder wird da eine andere Herangehensweise gehabt haben und vor allen Dingen sehr kreative Einfälle. Und vielleicht habt ihr auch eine komplett andere Route genommen oder habt die Route, die ich genutzt habe, um zum Ladepunkt zu kommen, genommen. Kann ja auch gut sein. Ich werde mir das fleißig durchlesen und dann in den nächsten Folgen auch mal drauf eingehen. Oh Leute, das läuft. Wir fahren. Wir rollen. Okay, da vorne. Da sieht man schon die Straße. Da müssen wir hin. Da wartet das Paradies. Ich glaube, ich bin hier relativ weit links gefahren. Das mache ich mal wieder. Ich hoffe, die Spuren... Also man hinterlässt Furchen und das Spiel merkt sich das auch. Ich glaube, man sieht noch meine Furchen hier. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zum Problem. So, jetzt sind wir drin. Wir wechseln in den Lastengang, machen die Differenzialsperre rein und tatsächlich, aktuell können wir noch ziehen. Aber es ist aktuell auch nur die Belastung vom Caterpillar. Jetzt wird es schwieriger. Können wir den hier durchziehen oder nicht? Doch, wir fahren doch. Doch, wir kriegen es echt hin. Es schwankt beträchtlich, weil wieder alle Räder in der Luft stehen. Das ist ein Quatsch-Transport hier. Das würden wir nie so machen. So, da vorne wartet das Ziel. Leute, wir kommen hier echt durch. Hülle den mal ein bisschen näher an mich ran. Dann können wir den sogar noch auftanken. Boah. Das ist ja mega. Da kratzt er sich, der Fahrer. Ich würde mir, glaube ich, den Schweiß von der Stirn wischen. Ja, also auch wenn natürlich SnowRunner einige Fehler enthält, aber solche Erlebnisse. Also, SnowRunner bietet so viel mehr als MudRunner. Ich war mir darüber am Anfang wirklich nicht im Klaren. Ich finde es ein bisschen schade, dass es in den Kommentaren immer mal Leute gab, die gesagt haben, Ansgar, du machst das alles falsch. Denn zum Beispiel der Punkt, dass ich mit Fahrzeugen gefahren bin, in der vorletzten Folge, glaube ich, die jetzt nicht so gut für den Schnee geeignet waren, das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich da so Lust drauf hatte, sondern weil es einfach an Fahrzeugen auch fehlt. Das ist ja der Thrill. Wenn man direkt mit den großen Monstern starten würde, wie mit dem Caterpillar, dann bringt das ja nicht viel. Insofern muss man sich da ein bisschen quälen. Aber das ist eben auch mit vielen Niederschlägen verbunden. Boah. Gleich fahren wir rückwärts. Und da fand ich es dann so ein bisschen komisch, dass das kritisiert wurde, die Fahrzeugauswahl, obwohl man ja nicht wirklich viel dafür kann. Na komm. Zieh, zieh, zieh. Da vorne. Ja, wir haben wieder Land unter den Rädern. Der Caterpillar ist schon mal raus. Ja, es geht schneller. Der Grip ist wieder da. 15 Meter noch. 20 Meter noch hier. Bis zur Straße. Ja, 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 komm, Baby. Endlich. Oh, da kann ich jetzt wieder entspannter zum Lenkrad wechseln. Denn immer solche Sachen mache ich irgendwie komischerweise mit der Tastatur. Aber wir sind, wir sind über den Berg. Wir haben es geschafft. Der Auftrag kann erledigt werden. Ladies and Gentlemen, ich, ich heule vor Freude fast hier innerlich. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich habe ja ein paar Fahrten eben noch mal kurz rausgecuttet, weil das sonst hier viel zu lang gewesen wäre. So wird es schon sehr lang. Aber ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich dachte, das ist die erste Folge bei SnowRunner, wo es mal richtig schief geht. Und ich glaube, es wäre auch fast so schief gegangen, wenn ich weiter diesen Waldweg verfolgt hätte oder diesen Plan verfolgt hätte. Aber man kommt hier durch diesen Morast, durch den Schlamm. Da kann man tatsächlich fahren. Muss mal kurz wenden. Und jetzt sind wir auf der Straße. So, jetzt müssen wir das noch mal behutsam hier rausziehen. Das Gefährt. Und ich glaube, ich lasse den direkt am Haken. Da wieder ein paar Schilder. Ein bisschen Schwund ist immer. Oh, das wird wieder nichts. Müssen wir wieder weiter ausrollen. Ich schiebe noch mal ein bisschen. Weil der nämlich, äh, der Trailer hängt hier sonst an der an der Leitplanke. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Kommt er noch rüber? Schafft das oder schafft das nicht? Ich glaube, er schafft es nicht. Doch. Er fährt über die Leitplanke. Planke. Äh, 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 äh. Oh. Oh. Der wäre schon wieder fast gefallen. Also hier schnumpf aufs Gas zu treten, das bringt genau gar nichts. Man muss extrem behutsam, eigentlich noch viel behutsamer als ich jetzt hier fahren. Und dann hat man die Chance, dann ist es noch nicht garantiert, aber dann hat man die Chance, den Auftrag zu erledigen. So, hier wird es jetzt wieder mal ein bisschen gefährlich, ja? Deswegen lasse ich den Cat jetzt hier stehen. Löse die Winde. Tank den noch mal schnell auf. Äh, vielleicht kann ich noch ein bisschen näher ranfahren. So, nachtanken. Okay. So. Damit sollte der durchkommen bis zum Hafen. Wir wechseln wieder in den Royal. Und dann machen wir uns hier auf den Weg. Ohne Caterpillar. Vielen Dank für die Hilfe, Kollege. Boah, man kann hier überhaupt nicht fahren. Das ist eisig glatt. So, jetzt aber. Leute, wir machen uns auf. Die Stimmung steigt. Der Party Express. Wir sind wieder drin. Im Game. Boah. Boah, jetzt aber nicht übermütig werden. Und auf den letzten Meter noch versagen. Ich glaube, ich mache lieber mal ein bisschen langsam. Aber fahrlässig, die rundum leuchten hier nicht anzuhaben. Es wurde auch oft gefragt, ob man die anschalten kann oder wie man die anschalten kann. Ich glaube, man kann sie nicht anschalten. Ähm. Also, ich weiß auf jeden Fall nicht wie. Oder wüsste nicht wie. Und Crossplay, also das Spielen zwischen Konsolen und PC oder Konsolen untereinander ist nicht möglich. Also, nur PS4 und PS4 oder Xbox One und Xbox One oder PC und PC. Aber ich glaube nicht darüber hinaus. Leute, da ist er. Der gepriesene Hafen. Ich mache drei Kreuze gerade. Das ist das Tor zum Himmel. Oder das Tor zur Auftragserledigung vielmehr. Und dann denkt man, oh, jetzt hast du ja richtig was geschafft. Und das wird ja sicherlich köstlich belohnt. Aber wir werden gleich sehen, das bringt uns gar nicht so viel. Der Auftrag. Ist das hier? Dann müssen wir das, nee, wir müssen das weiter hinten abgeben. Ah, da ist noch ein Tankauflieger. Den könnte ich mal zum, zur Werkstatt bringen. So. Okay. Jetzt muss ich noch mal schnell schauen. Also, wir machen erstmal das hier alles raus. Die ganzen Aufträge und ich glaube, hier ist der richtige Trigger. Alles abgeliefert. Schwimm der Boatron. Blackbird ist zu 100% zufrieden. Vielleicht lässt sich der Boss jetzt nun endlich in Ruhe. Das war's. Fürs Erste. 3.350 Euro und 360 Erfahrungspunkte hat uns dieser Auftrag eingebracht. Ich fand diesen Auftrag mega. Mein Plan hat am Anfang gar nicht so gut funktioniert. Also, ich dachte, den Schlamm überfahren war oder umfahren war, weil man da nicht durchkommt. Und ohne Caterpillar oder ohne einen vergleichbaren Truck wären wir da niemals durchgekommen. Das hätte nicht funktioniert. Also, egal welche Reifen, egal welche Motorkonfiguration, es hätte nicht funktioniert. da bin ich mir zu 100% sicher. Aber, ähm, wir hatten den Caterpillar ja Gott sei Dank und der hat den Truck hier, diesen Offroad Truck wie eine Eins durch den Schlamm gezogen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir, also ich fand den mega. wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne eure Lösung dieses Problems in die Kommentare. Vielleicht hättet ihr es ja auch auf eine wesentlich unspektakulärere Art und Weise geschafft. Ich bin sehr gespannt und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi Kowski.